Ist es ein Space Shuttle? Ist es ein Eurohawk? Aktuell politischer Humor, ich sollte ins Kabarett wechseln. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Shortcuts. Wir sprechen heute über Man of Steel. Die neue Verfilmung von Superman, directed von Zack Snyder, bekannt unter anderem durch 300 und was noch? Ach, Sucker Punch und Watchmen natürlich noch. Also der hat einige Comic-Verfilmungen gemacht und deswegen haben wir gesagt, ey, dann lass den doch mal den tollsten Comic der Welt verfilmen. Denn, das sollte ich vielleicht vorher erwähnen, ich bin totaler Superman-Fan. Was, wenn das Kind nach Höherem strebt? Es geht natürlich um die komplette Mythologie von Superman. Interessant ist aber an Man of Steel, dass Superman in einem sehr spannenden Konflikt steckt, in einer sehr spannenden Zwickmühle, nämlich zwischen seinen beiden Vätern. Einmal sein leiblicher Vater, Joel auf Krypton, der ja Superman auf die Erde schickt, kurz bevor der Planet explodiert. Leb wohl, mein Sohn. Unsere Hoffnungen und Träume begleiten dich. Und seinen Ziehvater, Jonathan Kent, auf der Erde, der aus Clark einen verantwortungsbewussten jungen Mann machen will. Kann ich nicht einfach weiter so tun, als wäre ich dein Sohn? Du bist mein Sohn. Das ist der große Hauptkonflikt in Man of Steel. Es geht natürlich auch darum, dass die Erde angegriffen wird und dass General Zod eine große Bedrohung ist. Aber der eigentliche Konflikt ist der von Superman, der nicht weiß, wie er sich entscheiden soll, auf wen er mehr hören soll oder wer für sein Leben eigentlich wichtiger ist. Und das ist natürlich auch alles durchaus extrem metaphorisch lesbar, indem man irgendwie sagt, Superman steht für Amerika, das hin- und hergerissen ist zwischen der Philosophie seiner Gründerväter und zwischen der Philosophie seiner jetzigen Landesväter. Und also da steckt unheimlich viel drin, wo man unheimlich viel reininterpretieren kann. Aber, und das ist wahrscheinlich die Erlösung für die meisten von euch, gar nicht muss. Man kann den Film auch einfach nur als Actionfilm gucken, der wahnsinnig toll kracht, der irrsinnig laut ist. Ich hab danach irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte 137-fachen Tinnitus, was aber supergeil war, den ich unbedingt haben wollte, weil das so eine krachende, auch visuell laut krachende Action auf der Leinwand ist, dass es eine wahre Freude ist, ein absolutes Battlefest. Du wirst nicht gewinnen. Für jeden Menschen, den du rettest, töten wir eine Million mehr. Natürlich, man muss ein paar Abstriche machen, wenn da irgendwie Metropolis in Schutt und Asche gelegt wird, oder eine Straße in Smallville, dann denkt man sich als Zuschauer zwischendurch schon irgendwie so, Moment mal, die haben da jetzt 580 Häuser niedergemäht, 330 Straßenzüge, irgendwie niemand wird verletzt und alle finden das super. Man muss sich auf diese innere Logik einlassen, dass Häuser immer leer sind und immer nur zum Kaputtmachen da sind. Aber dann, dann macht Man of Steel wahnsinnig viel Spaß. Und meine große Befürchtung, dass Christopher Nolan, der den Film ja produziert hat, und dass der den neuen Superman so superdüster wie seine Batmans machen würde, ist nicht eingetreten. Superman ist nach wie vor ein Superheld, der Prototyp des Superhelden und ist nach wie vor die strahlende Heldenfigur, die er sein soll. Mit der Zeit wirst du ihnen helfen, Wunder zu vollbringen. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings noch. Die Figur der Louis Lane, die Reporterin, die ja später irgendwann mal mit Clark dann auch zusammen sein wird, wie wir alle wissen. Es wird gespielt von der ganz tollen Amy Adams, und die auch wirklich versucht, der Figur alles zu geben, was sie ihr nur geben kann, was schwer ist, weil die Figur superdünn geschrieben ist und irgendwie drei Szenen hat oder so. Das ist ein bisschen traurig. Also da hätte ich mir deutlich mehr Louis Lane, vor allem Amy Adams Zeit gewünscht, weil die einfach total toll ist und weil die jeden Film nur bereichert. Aber ansonsten ist das der Sommer-Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster. Da gibt es kein Vertun. Gucken. Geil. Kracht. Man of Steel bekommt von mir dreieinhalb von fünf Daily Planets, weil da noch deutlich Luft nach oben ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und wenn man da jetzt dran festhält, dann wird Superman endlich mal wieder der Kino hält, der er schon lange wieder sein müsste. Okay, wenn ihr jetzt hierhin klickt, dann könnt ihr den Trailer sehen zu Man of Steel und wenn ihr hier unten draufklickt, dann seht ihr Herrn Trashpack in seinem letzten Movie Roundup. So, übrigens, Man of Steel ist, wie der Titel vielleicht erahnen lässt, der erste Superman-Film, in dem nicht Superman im Titel vorkommt. Das ist ganz schön gewagt. Nicht, dass nachher jemand denkt, Man of Steel gucke ich nicht, das ist bestimmt so ein Stahlarbeiterfilm. Baumarktfilm. Baumarktfilm. Die so Typen im Dock so ein Schiff zusammen klöppeln. War ja bei Batman auch schon so. War ja bei Batman auch schon so. The Dark Knight. Aber da kann man wenigstens immerhin noch denken, dass wir einen Ritter filmen. Das ist ja schon mal was. Spannender als eine Stahl-Doku. Oh, jetzt habe ich mich an den Ton geklopft. Hat man das gehört? Das hier? Hört man das? Hallo? Aua, hier ist ein Nadel dran. Ich muss mich operieren lassen. Ich bin nämlich offensichtlich kein Man of Steel. Hubert. Ich habe es schon mal aufmontiert. Ich bin nämlich auf dem Hörgerfilm. Es wird Däuner sein.